Hallo Leute, da sind wir wieder. Der Stream ist wohl gerade so ein bisschen abgebrochen. Wir haben den Sonnentempel gefunden und uns auf die Suche nach Baba Yaga gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir weg waren. Aber wahrscheinlich eine Weile. Und wir haben unser Kumpel Perlhuhn verloren. Oh, wir waren mindestens 8 Minuten offline. Oh, krass. Ja, äh, gut, äh. Ja, aber jetzt sind wir hier bei Baba Yaga. Wir sind wieder live. Ich werde jetzt ab und an mal des Öfteren checken, ob Twitch so funktioniert oder nicht. Es war meine Internet-Connection, die uns gerade so ein bisschen gekillt hat. Aber was soll's? Baba Yaga. Johnny, du bist der Liga. Baba Yaga, ja. Als du umfällst, ein Orgum erinnert. Es ist genug Servanten für heute und keine Neuheit für mehr cleaning. Geh weg, oder ich werde dich essen. Das Demanden, oder? Okay. Harum, you will not meddeln in my affairs. Okay. Oh, fuck. Ach, stimmt. Jetzt hatten wir die Katze halt nicht, ne? Äh, ja. Aber die saß hier auch irgendwo. Ja, schockt, da wäre sie gewesen. Ah. Shit. Fuck. Wir sind die Idioten, oder? Ja. Pech gehabt. Pech gehabt, ihr kleinen Kinder, die das Haus von Baba Yaga, äh, putzen. Schrägstrich gleich gegessen werden. Backe, Backe, Kinderlein. Ja, Gaaah. Pack den Hänsel in Blätterteig. Ha! Schmeik begann to think very highly of herself, indeed. Okay. Ja. Währenddessen bin ich, äh, weiser geworden auch. Okay, lass mich nochmal kurz Dario sagen, dass wir wieder streamen. Äh. Ja. So. Wir sind wieder da. Ja, gut. Aber der Songweaver hat uns jetzt nicht so sonderlich viel gebracht bisher, ne? Äh. Ähm, ne. Und passiert wieder was Tolles? Oh, 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 oh. Äh. Tja. Äh, es gibt nur eine Möglichkeit, um den Charme zu erhöhen, oder? Äh. Manchmal muss man sich auch für die Gruppe opfern. Oh Gott, take one for the team, bro. Aber heilige Scheiße, das könnte auch weniger. Das könnte deinen Charm auch senken, ne? Achso, ja. Äh... Ja, direkt küssen oder erst mal drum Armen wrestlen. Wobei ich relativ stark bin. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das dann gewinne. Du hast nur 28 Strength, Alter. Du hast nur 28 Strength. Äh... Ich weiß nicht, aber ich glaube, sie könnte dich halt hassen, wenn du sie jetzt direkt küsst. Meinst du, sie steht da nicht so drauf? Ich weiß es. Entweder sie möchte unbedingt den Kuss von dir. Oder... Ja, das ist die berühmte Logik, die du niemand verstehen wirst. Oder sieht das als Belohnung für dich, weißt du? Fuck. Äh... Äh, nee, nee. Äh, äh, die sagt ja schon, dass das der Gewinn für sie dann ist, wenn sie gewinnt. Echt? Wenn sie gewinnt, äh, verlangt sie einen Kuss. Achso, ja, okay, okay. Äh... Küsse sie, dann küsse sie so. Weil du bist so charmant, Alter. Ha, okay. Even better way. Ihr gefällt's? Oh, verdammt. Oh je. Äh, der Screen ist kurz schwarz geworden. Alter, was? Alter, was? Okay. Äh, 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 äh. Aber ich sollte zurück zu meinen Kindern kommen. Ja, natürlich. Und den bald vierten. Danke, Gianni. Übrigens lastest du jetzt nicht so lang, ne? Muss man jetzt mal sagen. Echt fünf Charme. Ja, okay. Gut. Das war's, der. Und meine Reputation für Seduction. Oh man. Seduktiv. Das ist doch sehr gut. Ja. Und ich werde immer schlauer. Langsam wirst du mir unsympathisch. So schlau, wie du inzwischen bist. Oh man. Ja, es brennt wieder alles. Ja. Aber ich glaube, bei dem einen Versuch hat auch nicht alles gebrannt, oder? Nee, beim einen Versuch haben wir den Typen gefunden, der das angezündet hat. Ja, hier bei Dangerous, gell? Ich weiß es noch. Wo sollen wir hin? Great Tree. Great Tree hört sich nicht schlecht an. Aber hier, ne? Crystal Ravine Crest hat sich auch nicht schlecht an. Das ist auch wieder ein alter Schwein. Da waren wir doch schon, oder? Echt? Nee. Also bei mir ist das ausgekraut. Echt? Oh, stimmt. Stimmt. Ist es. Ja, stimmt. Stimmt. Hä? Aber, hä? Merchant is dangerous. Ja, lass zum großen Baum gehen. Ja. Der große Baum hat immer recht. Ist das richtig? Oh, aber guck mal, da ist wieder das Hütchen. Goebbels ist wieder da. Ja. Goebbels. Da haben wir unseren Propagandaminister wieder. Vielleicht kann der ja, vielleicht kann Goebbels ja den Feuertypen überzeugen. Alter, ich glaube, Goebbels ist ein, äh, ist ein, ähm, ist ein geheimer Spion für den Sonnenkult. Kann auch so sein. Der gar nicht für uns arbeitet. What will you wish for? Good health or power? Health or power. Ja, ich will power. Ich will, äh, good health. Weil Leben habe ich tatsächlich genug vom Schlaf. Das ist so ein bisschen der reasonableer Dings, ne? Good health. Ja, wobei, komm, ich sag auch power. Ja, fünf Stärken. Yay, physical damage. Und wir sind Serpens, fuck. Ah. Nun. Limmensch, der folgt uns, oder? Habe ich so das Gefühl. Aber den haben wir letztes Mal auch zweimal getroffen, gell? Äh, ja. Want to dance. Wer weiß, vielleicht bringt es ja was, wenn man hier so tanzt. Weil, ich glaube, ich nehme solche, ähm, Tipps immer zu ernst. Ja, wahrscheinlich. Oh? Ach, man kann sich bewegen während du tanzen? Ja. Also, ich kann mich bewegen während du tanzen. So, und hier ist nämlich der Vogel. Oh, der Tag. Oh, der Tag. Lass mich mal. Oder möchtest du? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin weiser. Ich glaube, das ist eine Sache für mich. Pff, ich habe keine Ahnung. Behold, your wish is granted. Uff, amana koim. For I am here. Ja, der sagt einem jetzt nämlich, dass er das gemacht hätte. And the weapon of ages, simply call me your lord and master. Yes, yes, continue on. Just like that. The Opals are on the way. Also, das Zustimmen war stärker tatsächlich. Das Bird flies away. Das Quarking sounds an awful lot like laughter as the bird flies away. Ja, guck mal, ich bin... Du bist schwulisch, ich bin proud. Ich weiß ja nicht, ey. Die Map hier ist tatsächlich immer gleich. Ja? Ja. Die Bridge of Heaven wahrscheinlich auch. Oder? Kann sein, ja. Da habe ich aber noch nicht so stark drauf geachtet. Es gibt einige Maps, da wo irgendwie nichts passiert, weißt du? Die sind immer ziemlich gleich. Oder halt vermeintlich besondere Sachen sind. Ja. Von der Jungen Main. Aber, guck mal, das hier hat nicht als kompletter Tag gezählt. Ja, genau. Ja, wir können auch nach Qom run, ohne dass... Ja, klar, machen wir jetzt. Ja. Und was ist das hier? Ich glaube, diese Städte, diese Übergangsdinger, die sind ohne, dass du Zeit verlierst. Das kann sein, ja. Fark. Prophetess Ilthani will calculate the many ways to return the Silver Sister to us. Ja, kann es sein, dass du dein Charakter aus diesem Dorf kommst? Äh, das könnte in der Tat sein. Das könnte in der Tat sein. Ich, äh, wobei... Du weinbarst, um uns so wiser zu sein. Sie muss beklopfen zu der Silver Sister. Du denkst, sie mag dich? Nein. Nicht antworten. Ah. Nur ich konnte das wie spielst, als ein Fisch. Schwimm in warmem Wasser. An einem Fisch geht's nicht so gut, wenn er in warmem Wasser schwimmt. Ja. Hero of the Ages. Das ist du, natürlich. Ja. Ich sehe. Specially wenn du spielst, wenn du spielst, wenn du spielst, wenn du spielst. Aha. Doing more damage. Cannot see. Cannot see, but the Fisch of Friends is beneath the water of the surface. They swim around and around, as if mad. Oh, without the Moon they are lost. Without the Moon they are lost. My best learn, do not draw them to bite. What should I do? Warten ist immer gut. Furagieren, Johnny, furagieren. Mann, als hätten wir das eben nicht gegoogelt. Hamstern hieß es doch, oder? Ja. Jetzt entscheide ich endlich. Hamstern, plündern. Ja, wait. Be patient, my friend. Still eat, but perhaps the moon will return if I just wait. Ja, genau. Vertraue nur auf Gott. Gott wird dich füttern. Armleuchter. Okay, hier geht's wieder raus. Es gibt zwei verschiedene Ausgänge. In the freshest fish tastes like mud, without the silver sisters blessing. Das ist in der Tat komisch. Das ist, dass er hat my breast smelt like an eelfart. Woher weißt du wie ein Aal furz riecht? Das willst du gar nicht wissen. Der imaginative one in the family. Without the silver sisters to guide our prophecy. What is the point of feasting? I guess it must be. Delicious cakes. The cake is a lie. Das ist richtig. Um. So. Große Anführerin dieses Dorfes. Bring you any news. We are honored by your wizard, heroic Bugsjani. Bring you any news to explain the silver sisters departure? Suncult? No. Vielleicht fängt's nicht an zu brennen, wenn wir sagen Suncult. Suncult. Then we must end them. I shall await your call to the battlefield. I said a mean thing to my sister this morning and now I see a dark shadow in the waters following you. I see a dark shadow. Okay. With the moon's disappearance, I fear the river's queen may have lost any of her mercy. What should I do? Apologize. Apologize. Sure. She holds this over my head for days. But better than being chomped, I guess. Du musst es aussprechen. So was muss man aussprechen. Intelligence and reputation. Compassion. Das ist sehr gut. Das ist ein bisschen in Gebäude, in das man rein kann. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber... Ah, warte, können wir uns die Statue ansehen? Ja, natürlich. Fuck, du solltest es doch nicht ansehen. Vövers ist das Beauty and Wisdom carries on the Wies as we sweat perfume. And hard according to unseen rules and sketches. The Celestine Moon say, the moon holds all knowledge, revealing truth of the mind and heart according to unseen rules and sketches. Ja, lass mich das doch angucken. Ja, aber bei dem da hätt's eh keinen Unterschied. Ach ja, weißt du das? Ach ja, komm mal her du. Ja, komm mal her du. Ja, komm mal her du. Hihihi, opale. Oh, da unten ist noch einer. Wollen wir mit der geredet? Ja. Naja, wir haben mit allen geredet. Okay. Ja, lass mal hier rausgehen. Kann man nochmal mit der reden? Ne, kann man nicht. Lass hier rausgehen. Das macht ja, glaub ich, keine Unterschiede. Auf der anderen Seite irgendwie. Ah, das Dorf hat auch nicht gezählt. Ja, genau. The mangroves? Das zählt auch nicht, ne? Weiß nicht, das ist auch wieder so ein Special Punkt, glaub ich. Ja, zählt auch nicht, genau. Ding, bei denen waren wir auch, glaub ich, noch nicht. Also ich zumindest. Warte mal. Oh, die Hühner will ich eigentlich nicht töten. Eigentlich. Ja, das hier ist so'n, so'n... Wie dein Geist? Hm, Mist. Okay, hier gibt's Gegner. Ja. Ich dachte, das wär so'n friedlicher Ort. Oh, ne, der Frosch gepflegt, okay. Okay. Nettes Detail. Und Schlangen. Oh. Hallo. So. Okay. Enormous eyes watch you with an ancient intellect. A shadow sways beneath the water. Sweet, show respect. Show respect. Sweet? Mein, hey, ich bin der Anführer. Ja, aber guck mal, der hat ein ancient intellect, der respektiert meinen Intellect mit Sicherheit. Und wir respektieren uns gegenseitig einfach so, weisch? Pfff, naja, okay. Ja. Hast ja toll entschieden. Da überlässt man einmal die Entscheidung jemand anderen. Alter, wir haben Wisdom und Faith gekriegt. Und dann, und dann verschwindet es einfach. Es tut mir leid. Dann geht einfach alles zunichte. Ja, ich bin der Schlaue in dieser Gruppe. Es hat einen Grund, warum ich der Anführer bin. Wir waren noch nicht da hinten, oben. Echt ne? Ja, da ist ja auf der Map so ein Haken. Ein Haken? Ey, hier so, einmal runter. Oh, er ist wieder da. Der Problem war einfach mal alles. Bei mir war der gar nicht. Sweet. Lass mich am besten einfach alles machen. Weil ich bin der Intelligente von uns. Ja, hat man ja gerade gesehen. Du kannst deine Neandertaler... Es wäre exakt aufs selbe rausgekommen. Du kannst deine Neandertaler Brute-Strength-Zeugs, ne? Kannst du von mir aus machen. One day remaining. Das nochmal Baba Yaga. Lass nochmal gucken, ob es noch irgendwo was anderes gibt, was man ohne Dings erreichen kann. Nope. Ja, sieht nicht so aus. Dann wäre ich für Baba Yaga. Also nichts, was wir vorher erreicht hätten. Mhm. Aber lass mal gucken, ob es hier noch irgendwas anderes auf der Map gegeben hätte. Ne, nicht so wirklich, gell? Ja. Haben wir alles abgeklappert. Ja, ist so ziemlich. Baba Yaga willst du dann nochmal? Ja, ich weiß es nicht. Was soll man sonst machen? Gibt uns aber glaube ich auch nicht weiter, oder? Alles andere kostet uns auch einen Tag. Wir haben nichts mehr, wo... Noch? Hä? Ja, aber sollen wir ja nicht lieber hier den Stamm zerschlagen? Weiß nicht. Weiß nicht. Ne, ich möchte Baba Yaga zerschlagen. Zum zweiten Mal. Ja. Mal mit Katzen unterstützen. Mal mit Katzen unterstützen. Ich hasse Baba Yaga. Ich hasse Baba Yaga. Wir sind so schlau und so leaderhaft und charmant. Ja. Wie kann es denn sein, dass wir dieses Spiel nicht knacken? Aber ich glaube, als wir es geschafft hatten, hattest du auch nur Wisdom gepusht, oder? Ja. Ja, aber Wisdom und Faith pushen sich ja praktisch beide, ne? Also... Also die pushen sich gleichzeitig, Wisdom und Faith. Ja, ja, ja. Das heißt, äh... Ich bin halt auch sehr gläubig. Das heißt, es könnte dann auch durchaus sein, dass... Äh... Ne? Dass... Also der Glaube entscheidend war. So kann das sein. Muss ich da gerade den Stopp warten wird? Ne, ne? Hoffe nicht. Doch jetzt... Uff! Ich... Ich guck ab und an immer mal wieder lieber, ob der Stream noch läuft. Äh... Natürlich. Okay, jetzt drauf. Das ist ja aber wenigstens ne kleine Map nur. Äh... Äh... Ah, okay. Kann schon sein. Drei Abzweigung. Eine hier und eine weiter hinten haben wir. Alter, wie schnell reagiert eigentlich unsere Energie? Alter, wie viele Balken hab ich eigentlich? Mhm. Kann natürlich auch sein, weil der Wald jetzt brennt, dass Baba Yaga doch nicht mehr da ist. Ach, Quatsch. Baba Yaga hat überhaupt kein Problem damit, dass der Wald brennt. Da kann sie doch ihre Kinder noch besser drin rösten. Stimmt. Ah, Katze! Ah, war hier. Ja. Ja. Ich wünschte, die Menschen hätten nie das Feuer gefunden. Die Silkehütte. Ah. Es ist auch nur eine schwarze Katze und nicht bei Yun. Ah, okay. Ja, egal. Wir haben ja... Oder stand bei Yun. Äh, stimmt. Wir haben bei Yun sowieso. Ja. Scheißegal. Oh. Oh, ich muss nachher noch Tauben vernichten gehen, gell? Tauben vernichten? Ich habe so eine scheiß Taube in meinem Dachgiebel. Ja. Ähm. Die treibt es jeden Morgen um sechs mit einer anderen Taube. Äh, Taube. Und das ist sooo laut. Ja. Das heißt, dann sage ich dann ab und an mal Tierschutz. Nicht mit mir. Ne. Wir töten jetzt Tauben. Ja. Siehst du. Baba Yaga hat doch keinen Bock auf den Mist. Die muss irgendwo sein. Wir müssen aber eigentlich alles entdeckt haben. Mhm. Ja. Leider. Also ich denke, es liegt dran, weil es tatsächlich brennt. Äh, da oben haben wir ja. Das kann sein. Ach. Oder wir haben es halt wieder mega übersehen. Ja, eben halt, als wir die Katze nicht, bei der Katze nicht vorbeigeschaut haben. Ja, komm, das ist kommend. So, set camp. Ja, komm, das ist kommend. For the last time. Ja. Heron prepare herself, so it's already the third night. Marduk will strike with the dawn. Komm mal, hier ist der Vogel. Oh. You seem a powerful ally. Now is the time to prove it. Give me your strength, warrior. I will only borrow it for a time. Negotiate or a gift? Ah. Ich, 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 ich hab irgendwie bock auf den Vogel vertrauen. Ich bette er trollt uns. Mhm. Aber gerade deswegen. Ganz, ganz ehrlich ich. Gerade deswegen. Ein guter Troll verdient manchmal auf so ein bisschen, ne? Ja. Und du brauchst eh keine Stärke. Du brauchst... Ja, korrekt. ...Scharme, ne? Und den sollst du kriegen. Den sollst du kriegen. With the faint after... You're weaker, okay. Heilige Scheiße. Sechs. Sechs. Foolish. Foolish. Oh, man. War vielleicht, ähm... Komm, lass noch mal mit der Priester reden vorher. Ah. Okay, gehen wir noch mal stargazen, wa? Geben wir noch mal schlafen. Heilige Scheiße. Dann der Schauer vor, just a campfire. Sorry, I couldn't greet you properly earlier. But I guess I didn't pray hard enough after all. The Queen of Heaven. Sometimes I'm afraid she's dead. The sun finished what he started. Ich weiß es nicht. Versichern oder diskutieren? Du versicherst ihr, dass sie noch lebt? Oder diskutierst es mit ihr? Ich würde reassuren, weil wir müssen glauben. Alter, wir müssen glauben in die... Ja, aber... Das ist ja eigentlich die... Äh... Die Sonnenanbeterin hier auch. Ja? Die hört ja gar nicht zu uns. Aber ja doch. Ja? Komm, wir sind voll gläubig. Wir, äh... Außerdem sind wir, glaube ich, auf die... Äh... Auf das Gleichgewicht aus. Letztendlich. Ja, echt? Gleichgewicht. Ja, stimmt. Das Gleichgewicht aus allem. Die Sonne muss auch irgendwie... Warte mal. Warte mal. Weißt du noch, was auf dem Obelisk draufsteht? Ne? Um, äh... Um den Schatten zu kennen, musst du auch das Licht kennen. Und andersrum. Ne? Stimmt. Genau. Das heißt, die Sonne gehört da dazu. Ja, wir können die Sonne nicht einfach vernichten. Ja. Sag ich ja. Das ist ja auch das, was wir das eine Mal falsch gemacht haben, als wir kurz vorm Ende waren. Jep. Vorm richtigen Ende. Genau. Fuck. Ich weiß, ich weiß. Ihr Macht ist eternisch und ihr Wegen ist infinit. Ich bin weh und schrecklich erschrocken. Danke. Ich werde versuchen, wie du. Und 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 du. Direkt beim Sonnenkult? Muss noch was schöneres geben, wo man fighten kann Flooded Delta? Sapphire Astury, Sapphire Astury hört sich gut an Oder? Hört sich so normal an, aber ja, los, hopp, spring rein Okay Auf ins Getümmel, gab es hier einen Händler? Ich weiß es nicht Auf ein letztes hier wieder Oh, guck mal Oh, guck mal Bakshjani, look, we've all gathered to help you with our prayers and support Heilige Scheiße, wir haben die Tiere Left foot and left, uh, left foot out, left foot in Spin around, won't you join us in our ancient ritual? Dance? Ja, natürlich, dance Just like that, the goddess will surely bless you now I'm not sure what this is about Foolish Oh Oh Ja, gut, dass ich so viel Magic Damage mache Gut, dass ich tanky bin Oh, eine Höhle Ah Das Bärerstring gibt's glaub ich den Fisch Ja, egal, dann holen wir den Den haben wir ja schon Ist auch egal, dann holen wir ihn nochmal Rauch's Oh, naja, oder es gibt einfach... ah ne, Fisch Ja, genau Okay Ah, bei uns, äh, gewittert's gerade heftig Oh, okay Mhm Ja, ist echt schön, ne, du hast irgendwie zwei schöne Tage am Wochenende Ja, ja, und dann bringen wir's wieder Wow Dann das Äh, scheiße ist das Richtig scheiße Jupp Aber naja, was willst du tun? Du sagst es Kannst nix tun, ne Außer die Mondgöttin anzubeten Dass sie's besser macht Korrekt Äh, dass sie vor allem mal wiederkommt Ja, das wär gut Aber, vielleicht ist ja auch einfach nur gerade neumond Ja, das kann auch sein Aber weißt du was? Ich hab den Kalender verfolgt, oder? Mond- und Sonnenkult, ne Immer noch ne bessere Religion als Christentum Wollte ich jetzt nur mal gesagt haben Oh Ah, hallo Ork, I have good news and bad news Bad news Bad news is that my investment did not go quite as planned, ahem The good news is that I acquired strength from another servant to repay you alone For the coming trial, we are even Total Hm, schade Hätte auch funktionieren können Ja, aber hätte hätte... Vielleicht... Vielleicht... Vielleicht wenn man's halt nochmal macht Aber er hat uns tatsächlich nicht bedroht Ja Interessant Aber trotzdem bist du fool Foolisch Ja, aber manchmal muss man auch ein... Foolisch sein Foolisch sein Eine Dummheit... Eine Dummheit begehen Um vielleicht dann doch... Sein... Als Sieger dazustehen Oh, guter Reim sogar Ja, danke, danke Okay, bist du bereit? Dann Rinder Ja, aber vielleicht können wir ihn ja dieses Mal überzeugen Das wäre... Gut But last Bugs Johnny My final adversary Okay Wait, you are different than I expected Maybe... Maybe we should... Talk for a while What... Things... Would you like that? Natürlich Charm Charm Charm, hundertprozentig Yes, let's get away And find a quiet place For just the two Oh, Gott, Bromance Heilige Scheiße Sein... Sein Boner ist so groß Alter, guck dir das an! Guck dir das an! Guck dir das an! Oh, Mann Das ist... Gute, dass ich bisexuell bin Oh, Alter Ist der spitz? Ist der spitz? Ach, du Scheiße Was hast du getan, Alter? Das sind mir aber mindestens mal fünf Herzen zu viel Eins wäre in Ordnung Aber... Das... Also auf einem Auge vielleicht Ja Ja Aber da bringt er dir auch noch Blumen, Alter Alter You are my son, Ant Uuuuuhhhhhh Ahhhh Das Achievement heißt sogar Durchbrennen Oh Gott Oh je Ich bin mir... Ich fühl mich dreckig Ich fühl mich dreckig Guck mal, der Mund ist wieder da Ja Oh, ja Ähm Ähm Oh, das war aber ein kurzes Ende Ja Das war auch das gayste von allen Heilige Scheiße Ja, ich hätte besser mal diese Sängerin Äh... Nehmen sollen Ihr habt bestimmt auch den höchsten Charme wert Äh... Ich weiß es nicht Egal Our Storyteller say That Bugsjani made pacts with... Äh... With demonic entities Even sharing his own strength Ja, das ist richtig Der Vogel war das wahrscheinlich Genau Bugsjani defeated Baba Yaga Rescuing a young... Young... Wolf Clan girl Äh... Äh... Okay After the sun wars Bugsjani settled at the lunar temple And became... Became its official caretaker Restoring it to its former glory Bugsjani brought a smile to the face of all who knew him Ever... Ever impulsive and playful He was known to carry joy in his pocket One day a sorceress fell in love with Bugsjani And begged for his love When he refused The sorceress cursed him for his pride And turned him into a bird as punishment However the queen of heaven Had also fallen in love with him Heilige Scheiße Okay And so in pity Took the beautiful bird into the heavens as her pet As the celestial peacock Heilige Scheiße Das ist gut Alter das ist gut Ja das... Ja Doch Und man muss halt einfach mal so sexy sein Ja Dass selbst Götter einem nicht Widerstehen können Oder Göttinnen einem nicht widerstehen können Heilige Scheiße Du hast alles... Du hast alles verzaubert hier Ja Sogar mich So... Jetzt zu dir Schmike Der Tornado Der Tornado Hm... Etwas zu wissend anscheinend Oder? Ich weiß es nicht According to legend Schmike befriended a white man in the wilderness by showing him kindness Okay Schmike moved in with Kirisha Mother of five Er hat sie noch zwei Kinder dazugekriegt Heheheh K Ja... Warte... Ist das nicht auch vertauscht? Erh... Yeah... Er... Die kam doch zu mir nachts oder? Das stimmt auch wieder Aber ich hab sie doch auch, äh... Ja... Ich hab doch auch mit ihr gefleitet Schmeichendorf, ja stimmt. Who welcomed her home joyfully. Schmeich Orr shared her food with those who had less than her. After the Sun War, Schmeich composed many of the greatest songs to the goddess ever written. They call her the great bard of the age. Ja, das stimmt. The royal bearing of Schmeich impressed all who looked on her. Her confidence bordered on arrogance. Ja, das stimmt. But many say it was well-earned. Das hatten wir aber schon öfter. Ja, das stimmt, das stimmt. At Schmeichs feet always lay a hundred broken hearts. She pillaged every town of wealth and plundered the hearts of every youth. Eventually the tribe leaders petitioned the Queen of Heaven to rescue them from this destruction. And she complied, scooping up Schmeich into the heavens, even as she wrought destruction, becoming the tempest. Okay. Ja, kann man mal machen. Kann man mal machen. Ja, allwissend aber halt dann, ja, nicht ganz so nett, gell? Ja, ja. Aber das ist ja normal, wenn du allwissend bist, ne? Das stimmt, ja. Aber man muss nicht unbedingt zum Tornado werden. Aber ja, die Silver Sister, die letzte der vier Schwestern. Ja. Okay, und wie kriegen wir das jetzt alles zusammen? Weiß es nicht. Das ist doch scheiße! Spongweaver mal wieder. New Constellation. Kurele. Was? Achso, neues Kostüm als Hexe. Ah. Und nicht mehr. Ha. Okay. Ja, wir haben halt den Tornado gekriegt, ne? Und den Peacock. Äh, achso, ja, stimmt. Ich konfirme mal. Ja, und ich will mal das Sternbild nochmal betrachten. Ja, genau, mal jetzt auch. Ähm. Das ist in der Tat komisch, ey. Ha. Ah. Das nervt mich, dass wir es trotzdem nicht geschafft haben. Bisher. Ja, aber das zählt ja eigentlich schon. Als was? Als was? Als gutes Ende. Ja, okay, wir haben ein gutes Ende. Okay. Ja. Äh, 27 von 43 hab ich jetzt. Konstellation. Äh, ich hab 25 von 43. Ah, okay. Ja, fehlen halt zwei, aber mein Gott. Ah, ich glaub, das sind die zwei Skins. Ja, das kann sein. Bock. Ah, das ist... Alter. Ah, da wird dann nochmal die, äh, Geschichte erzählt. Schön. Mhm. Der Drache. Der Baum des Lebens. Du hast irgendwie immer diese bösen Sachen, muss ich sagen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie du, äh, warum. Ich weiß es auch nicht. Im Prinzip mach ich doch immer dasselbe wie du. Anscheinend nicht. Hä? Hast du auch die Krone des Himmels? Crown of Heaven? When the sun first tried to kill his sister, the moon, her bones cracked and became the great mountains, on which the high tribes live. Okay. Queen of Heaven. The Queen of Heaven, ruler of all gods and goddesses, presides from her all-powerful throne, against pity tyrant sun. You can start from the dust folk. Okay. Da haben wir hier. When the sun first tried to kill his sister, the moon, her blood flowed into the holy Uphratu river, where the celestine live. Future adventures will include Uphratu river, okay. Ja, das bedeutet, dass wir halt diese Gebiete freigeschaltet haben. Ja, ja, schon klar. Ne, die Gebiete freigeschaltet haben. Hm. Hm. Also, ich bin echt überfragt. Ich bin echt überfragt. Ja. Und wir haben es auch, wir haben es noch nichtmals nahe dazu geschafft, mal Geistersprache irgendwo zu lernen. Oh doch, oh doch, wir waren sehr nah dran, bis du es verkackt hast. Ne, man. Doch, 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 doch. Natürlich, du hast es verkackt, du hast es verkackt. Nein. Doch. Nein. Doch. Das hat einfach nur damit zu tun, dass wir immer noch nicht mit Geistern reden können. Ach so. Das war eigentlich. Ja, genau. Damit hat das zu tun. Die hätten uns das da beigebracht. Die hätten uns das da beigebracht. Das war dieselbe Entscheidung wie beim Krokodil. So oder so wäre es aufs selbe hinaus gelaufen. Niemals, Alter. Nur wir hätten andere Stats bekommen. Wir hätten die Geistersprache gelernt und du weißt es ganz genau. Du hast es verkackt. Nein, schau mal in die Steam Achievements. Sag mal, Dario, möchtest du vielleicht eigentlich jetzt mal so deine letzten Worte hier als Viewer des Tages? Ja. Weil irgendwie habe ich da immer noch keine gekriegt. Ähm. Ne, also ich glaube schon. Ich glaube, dass das... Ich glaube wirklich, ehrlich gesagt nicht, dass wir da die Geistersprache gelernt hätten. Ja, wo denn sonst? Pff, äh, im Jenseits. Vielleicht hätten die uns ins Jenseits gebracht. Das, äh... Was passiert eigentlich, wenn man stirbt? Also wir beide. Äh, man kommt einfach direkt ins Camp und ein Tag ist vorbei. Hm, okay. Ich dachte, man kommt vielleicht ins Jenseits. Ne. Leider nein. Aber kann natürlich sein, dass man vorher irgendwas machen muss und dann sterben. Ja, das kann auch sein. Fuck, ey. Da, ihr. Steam Achievement. Reise ins Jenseits und lerne mit Geistern zu sprechen. Mhm. Geistersprache. Das ist das Steam Achievement. Okay. Wie reist man ins Jenseits? Boah, Alter, ich weiß nicht. Also... Ganz ehrlich, ja... Oh, das hier könnten wir vielleicht schaffen. Schließt das Spiel als Ying und Yang zusammen ab. Einer extrem gut, einer extrem böse. Oh, okay. Ja, klar. Das müssen wir schaffen, weil bis jetzt waren wir eigentlich immer ziemlich unterschiedlich. Hä? Wie immer ziemlich unterschiedlich? Eigentlich... Eigentlich warst du immer der Böse. Ja, das stimmt. Und ich war eigentlich tendenziell eher immer gut. Aber ich weiß nicht... Ich war doch auch... Ich hab doch auch immer gute Entscheidungen gebracht. Ich weiß nicht, was das Spiel mit mir möchte. Ich weiß es auch nicht. Oh, hier kommen die letzten Worte. Ähm... Ja, okay, Johnny, dann würde ich sagen...